3 Tage 2 für die Online-Tutorials mit Sarah Stangel. Für alle, die den ersten Teil des VLOG nicht gesehen haben, wir haben ihn hier oben verlinkt. Schaut es erst an und kommen dann nochmals hierhin zurück für den Teil 2. Wir sind schnell nach Hause liegen und haben zwischen 5 und 6 Stunden geblieben. Wir sind heute hier im Aigental und warten auf Sarah, Nadja und den Hund. Wir sind gerade am Einrichten für das Intro des nächsten Moduls. Und zwar schauen wir erstens den Bildausschnitt an. Was sehen wir im Hintergrund an? Und zweitens, wie sieht das Licht im Gesicht der Person aus? Und zwar wird Sarah nachher hier stehen. Und jetzt merken wir, dass die Sonne eigentlich schon recht hoch ist. Das heisst, es wird sehr schnell hier Schatten geben. In den Augenhöhlen. Und dafür haben wir etwas mitgenommen. Und zwar einen Diffusor. Und dann sieht das nachher, wenn man den Diffusor hinhält und die Sonne diffus macht, bevor sie aufs Objekt trifft. Wie folgt aus. Und ihr merkt jetzt im Gegensatz zu vorher, ist das Licht jetzt viel weicher. Und äh, nicht so grell. Action! In diesem Video geht euch zu über viele Jahre vorgehen beim Fotografieren, wenn ihr mit nicht so viel Erfahrung und manuellen Modus hassen habt. Hallo Hörn! Hörn! Wirklich? Ja! Es. Das war einmal... Oh, schnäанич. Es ist nicht so dellart. Ein באさ asked für parar. Neben damit zu erinnern. Es ist einfach komplett. Morgen war es gut, wir konnten schon viele Aufnahmen machen und jetzt gehen wir den Nachmittag an. Björn und ich zeigen es dir gleich einmal. Ja, also wir sind schon ein wenig kauf, aber wir haben uns natürlich auch wie viele Stars gefühlt mit dieser Crew. Guck, Björn. Du bist fertig. Du bist fertig. Danke vielmals. Hey. 29 Grad in Luzern. Ich weiss nicht, wie viel es im Eigental ist, aber sicher genug, um sich mit einem Blasebalk etwas frische Luft ins Gesicht zu blasen. Oh.